Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Transport Viva 2, Folge Nummer 6. Jetzt habe ich es auch richtig mit den Folgen, nach einer Aufnahmepause, weil ich habe ein bisschen zu viel aufgenommen. Ich wollte noch ein bisschen warten, was ihr so für Kommentare schreibt und da kamen auch einige Kommentare. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die netten Kommentare, auch dass es gut ankommt, freut mich sehr. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, einmal bei Trainsporter Daniel, sowie auch bei Niklas H. Straßenbahnvideos 9427, die mir diesen Tipp gegeben haben, wegen dem Fahrzeugdepot. Also, dass man einfach, wenn man jetzt zum Beispiel Fahrzeuge kaufen tut, das ist hier ein schlechtes Beispiel gerade, dass man einfach nur die Shift-Taste gedrückt hält. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Fahrzeuge kaufe, sagen wir mal, wir wurden ein paar Wagen, Dampflok, zwei Stück, dann ist er ja da hinten. Das hat mich ja immer angekotzt, dass ich das selber nach da machen muss. Ich muss einfach nur die Shift-Taste mit gedrückt halten und dann ist es vorne. Also, Dankeschön für die Tipps, ja. Ist eine Erleichterung und wusste ich tatsächlich überhaupt nicht, weil ich habe das nur in den Videos gesehen und habe mich gefragt, wie machen die das, ja. Also, großes, großes Dankeschön. Ebenfalls möchte ich mich auch bei der lieben Lucy bedanken für diesen krassen Support. Denn die hat mal wieder hier so eine Dankes-Kommentar geschrieben. Quasi, sie hat, ja, Geld, äh, sagen wir mal so, als Kommentar, äh, so ähnlich wie beim Superchat. Nur halt ein Dankes-Kommentar hinterlassen, ähm, wo sie insgesamt 10 Euro donated hat. Also, da nochmal ein großes, großes Dankeschön, liebe Lucy. Krass und danke für deinen Support. Ebenfalls auch noch eine kleine Anmerkung an den, ähm, Thorsten. Der hat nämlich geschrieben, ich glaube, du hast das Spiel nicht richtig verstanden. Du kannst nicht hoffen, dass der Zug Ware mitnehmen tut, wenn die Ware nicht in die Stadt kommen tut. Du könntest auch eine Linie machen für den Transport der Güter, ja. Ja, das ist richtig, auch danke dir für den Kommentar. Da war ich in den lustigen Modus, also, privat weiß ich natürlich schon, ne, da läuft alles super. Aber in der Aufnahme, da bin ich manchmal echt so ein Schussikop. Und das ist halt für mich, ja, neu, Transportfieber zu kommentieren und aufzunehmen. Und da habe ich dummerweise vergessen, eine Linie zu errichten, die vom Güterbahnhof zur Stadt geht. Und dadurch konnte natürlich der Zug den Treibstoff nicht abholen. Und das war einfach meine Schusslichkeit. Und, ähm, tut mir leid. Ja, solche Schusslichkeiten passieren mir leider immer. Aber, ähm, ja, sonst läuft alles. Und auch danke nochmal an Felix. Er hat mir auch noch gesagt, ähm, wo man gut Geld verdienen kann, ist, wenn man ein ÖPNV einrichtet, zum Beispiel in den Städten, Busverkehr. Ja, das bringt ja auch einiges an Geld. Da hat er nämlich auch recht. Und das werden wir jetzt auch demnächst tun, weil, äh, wir haben 1850 oder 20 gestartet. Und wir sind schon bei 1909. Und haben noch keinen richtigen Personenverkehr. Das kannst du keinem erzählen, ne. Aber der Güter läuft. Und, äh, laut Konto 22 Millionen auf dem Konto, ne. Also, ich würde sagen, es läuft. Ja, es läuft. Ähm, auch wenn es ein bisschen langsam läuft. Wir haben auch schon 33.000 Waren transportiert. Ich habe während der Aufnahmepause hier an der Karte noch was ein bisschen umgeändert. Ein bisschen Feinheiten, wie zum Beispiel ein paar Bäume hingepflanzt. Ähm, ja, damit es nicht zu kahl aussieht hier. Plus, ähm, ich habe für die jetzige Aufnahme schon mal die Signale platziert. Für unseren Personenverkehr. Zusätzlich auch noch die Weichen. Das habe ich in der letzten Aufnahme dummerweise vergessen. Das wollte ich jetzt hier in der Pause machen. Und nicht noch extra im Let's Play, ehe wir gar nicht mehr vorankommen. Und, ähm, wir schicken natürlich, bevor wir jetzt hier weiter den Personenverkehr machen, noch LKWs los. LKW los, ne. Also nach Borne. Denn hier kommen ja, hier werden ja Baumaterial, also hier wird ja Baumaterial, ähm, produziert. Und das benötigt ja Borne. Aber, ähm, Linie steht zwar. Nur das Problem ist, wir haben keinen LKW im Einsatz, der die Ware auch dementsprechend nach Borne bringt. Und da kann ja auch nichts passieren. Oder die Stadt kann ja auch nicht wachsen. Von daher ist es jetzt erstmal meine Mission, erstmal hier dafür zu sorgen, dass erstmal hier Fahrzeuge losgeschickt werden, die Baumaterial liefern. So. Äh, Kapazität 4, 5, 5. Dann nehmen wir natürlich die 5er. Und, ähm, Ladegeschwindigkeit 1,5. Das ist ja eigentlich schneller, ne. Ich glaube, bin ich jetzt doof. Wir schicken einfach mal die ersten Dieselfahrzeuge. Die Daimler Motorengesellschaft war ein deutscher Motorin und später Automobilhersteller, der zwischen 1890 und 1926 tätig war. Sehr schön. Schafft alle Güterwagen. Ähm, kaufen wir mal erstmal vier Stück. Sollte erstmal reichen. Schafft 25 kmh. Ist auch keine lange Strecke. Von daher reichen erstmal vier. Und die werden wir hier in Borne erstmal hier, äh, auf den Weg bringen. Zur Linie bringen. Dass es endlich mal laufen tut. So. Genau. Äh, die Ladegeschwindigkeit machen wir mal auf 1,5. Damit das nicht zu schnell wird. Das sind die ersten Daimler hier. Sehr schön. Sehen ja schön aus, ne. So, und das sollte eigentlich hier funktionieren. Also, ich hoffe es. Also, die Linie ist verbunden. Hier wird Baumaterial hergestellt. Und. Ich muss nur kurz Linie verwalten gucken. Ob ich das hier wenigstens richtig eingetragen habe. Du sollst laden Baumaterial. Und sollst auch das Ganze entladen. Gut. Dann haben wir das hier schon mal richtig. Und da sind doch schon die ersten. Dann haben wir das schon mal erledigt. Ja. Weil kann ja nicht sein, dass Borne in der Lage ist Baumaterial herzustellen. Aber für sich selbst nicht sorgen kann, ne. Katastrophe. So. Okay. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Wir erstellen jetzt erstmal unsere erste Person Linie. Von Magdeburg nach Naumburg. Das Ganze. Äh. Ich nenne das auch mal gleich mal um. Das wird dann der Magdeburger Hauptbahnhof. Der wird später noch viel mehr Gleise kriegen. Ich würde das hier so eine Art Knotenpunkt machen. Aber. Ich erzähle lieber Janus. Weil am Ende. Man passt es ja eh nicht. Ich mache hier aber auch einen Hauptbahnhof draus. Ähm. Klingt sympathischer und in echt ist es ja auch quasi so ein Hauptbahnhof. Gut. Äh. Signale habe ich ja wie gesagt schon gesetzt. Dann müssen wir jetzt nur noch eine Linie erstellen. Und das ist ja nicht nur das einzige, ne. Aber dazu gleich. So Linie. Ist erstmal P wie Personenzug. Weil damals gab es ja noch kein R, E, R, B. Damals die sind glaube ich alle nur Personenzug. Dann gab es auch einen D-Zug. Das war ja dieser Express. Und ja. So und du fährst dann quasi von Magdeburg nach Naumburg. Saale. So. Okay. Ich würde aber die Farbe umändern. Weil immer dieselbe Farbe ist ätzend. Gut. Dann startest du von hier auf Gleis 1. Das ist schon mal richtig. Und fährst dann nach Naumburg. Zack. Endest dann hier. Ähm. Dabei darfst du auch entscheiden. Ne. Wo du gerne halten möchtest. Entweder auf Gleis 1 oder Gleis 2. Weil wir werden hier zwei Züge einsetzen. Ähm. Damit wir schon mal einen guten Takt haben. Das gleiche geht auch für hier. Da werden wir auch Gleis 1 und Gleis 2 zur Verfügung stellen. Dass der zweite Züge quasi nicht hier vor dem Signal wartet. Bis der Ausgleich 1 raus ist. Das ist übrigens ein Feature. Worauf ich sehr lange gewartet habe. Weil damals zu Anfangszeiten gab es ja dieses Feature nicht. Dass die Züge ausweichen können. Und das ist so ein Feature. Ich liebe es einfach. So. Jetzt. Natürlich. Haben wir noch nicht alles geklärt. Denn. Was fehlt richtig? Ein Depot. Denn wir haben zwar hier ein Skiennetz. Aber. Der ist. Nicht mit dem Depot verbunden. Und auch nicht mit der Güterstrecke verbunden. Deswegen werden wir hier noch ein Depot einrichten. Und. Ähm. Ja. Wo machen wir das? Hahaha. Äh. Ich würde das am besten hier hinten machen. Weil hier wird der eh zweigleisig. Und dann würde ich hier irgendwie ein Depot setzen. Ich meine. Eigentlich ist es ja egal. Später wird ja eh noch. Das Ganze ausgebaut. Und da können wir immer noch. Das Depot umändern. Dann würde ich am besten hier setzen. Erstmal hier Gleise. Zack. Noch sind wir im Dieseljahr. So. Gehst du einmal hier rein. Genau. So. Machen wir dich hier so hin. Äh. Verdammt. Ich habe diese. Parallel. Dinger an. Das war gerade nicht so clever. Aber hey. So. Machen wir die mal aus. Nein. Ich möchte das nicht. Nein. Das möchte ich nicht. Und du gehst dann. Kriege ich dich da hin. Ja. Ja gut. Dann müssen wir halt die Gleise weg machen. Aber das ist auch nicht schlimm. Äh. die Signale. Nicht die Gleise. Was labere ich da schon wieder. Ja. Machen wir das so. Ist jetzt nicht so perfekt. Aber. Come on. Ne. So. Zack. Zack. Und zack. Dann machen wir noch ein Depot hin. Ein kleines Depot. Machen wir das hier hin. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dieses Depot. Ist auch nicht so teuer. Ne. Aber. Das hat was. Auch wenn das gerade. Ziemlich beschissen aussieht. Aber hey. Das wird noch später alles umgeändert. Denke ich mal. Wenn wir hier richtig Verkehr haben. Ja. Das ist hier wieder so eine Blöde. Ja. Das ist verkraftbar. Ne. Aber das ist das. Das ist bald noch alles. So. Das Signal. Müssen wir entfernen. Dafür setzt man ein anderes Signal hin. Nehmen wir mal 6 Meter. Das platzieren wir einmal hier. Das platzieren wir hier. Das kann hier so stehen bleiben. Dann platzieren wir hier eins. Und. Ähm. Gut. Wir können auch eins hier mit platzieren. Falls doch mal hier. Zug rausfahren sollte. Aber sonst. Sollte das auch reichen. Und dann schicken wir jetzt unseren ersten Personenzug offiziell auf Schiene. Gut. Dampflok. Ähm. Die erste wirklich schnelle Dampflokomotive der Jura Simplen. So wie der Gotthardbahn wurden für den Personenverkehr genutzt. So. Ich sag mal so. Wir haben 21 Millionen. Ähm. Ich würde die schon gerne nehmen. Auch wenn die 3 Millionen Euro kostet. Gut. Früher gab es noch keinen Euro. Aber trotzdem. Aber ich würde die schon gerne nehmen. Wobei ich mir wirklich unsicher bin. Aber die schafft auch 100 kmh. Jetzt. Bevor ich jetzt hier etwas entscheide. Gucke ich mal wie schnell die Wagen können. 100 kmh. Und da haben wir einen der schnellsten. Diese dreiechsige Personenwagen mit beidseitigen offenen Plattformen wurden in Deutschland eingesetzt. Dann nehmen wir einfach das hier. Und dazu Passagier. Da fahren ein paar Wagen. 9 Millionen. Ja. Dann kostet es halt 9 Millionen. Wir müssen heute mal. Ja. Wir werden tief in die Tasche greifen. Aber. Für einen ordentlichen schönen Personenverkehr. Für den Anfang. Investieren wir mal. In der Hoffnung. Dass wir nicht pleite gehen. Ich riskiere es einfach. Zack. So. Das ist schon der Geil. Abfahrt. Abfahrt. So. Komm raus Schnuckeputz. Ist auch eine schöne Dampflok. Ach. Scheiße. Wir warten noch kurz. Hm. Schön. So. Züge blockieren sich gegenseitig. Das finde ich aber nicht sympathisch. Ah. Okay. Das ist geil. Der Zug will geradeaus. Kann nicht geradeaus fahren. Weil dieser Zug den Abschnitt blockiert. Dieser Zug will ebenfalls geradeaus. Kann aber nicht weiterfahren. bei. Ah. Scheiße. Da war ein richtiger Profi am Werk. Ne. Ja. Äh. Da würde ich sagen. Lasse ich dieses Signal komplett weg. Um sowas nochmal zu vermeiden. Ähm. Bei. Ich kann zwar ein Signal ein paar Meter weiter wegrücken. Aber. Das wird nochmal passieren. Und dann haben wir den Salat. Äh. Lassen wir lieber so. Ne. Dann hält er halt in Zukunft dort. Fertig aus. Ich hab auch noch nie gehabt ey. Alles im Let's Play ne. Ich bin total am Versagen hier. So. Hoffen wir mal. Dass irgendwann Fahrgäste kommen. Und die werden denke ich mal auch irgendwann kommen. Ich meine für dieses Jahr auch Neuland. Jetzt werden wir zwar sehr viel Minus machen. Sehr viel Minus. Denn bis Fahrgäste kommen. Dauerts natürlich. Aber. Ich würde schon mal für den ÖPNV sorgen. Da würde ich kurz pausieren. Damit wir wirklich nicht in den Ruinen runter gehen. Ja. Wir verbinden den Bahnhof mit Bushaltestellen. Dass die Leute. Schon mal. Ne. Zum Bahnhof fahren können. So. Dafür brauche ich Straße. Gebäude. Und Haltestellen. Gut. Nehmen wir einfach mal die hier. Dann. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Einmal da hin. Einmal da hin. Da hin. Ja. Da hin. Und einmal hier hin. So. Gut. Was. ich vorhabe. Kann ich euch gleich sagen. Ich würde gerne eine Linie A und B Linie machen. Das ist so mein Plan. Also keine Ringlinie. Sondern einfach eine Linie A und Linie B. Gibt es manchmal kurz. Für die Dings. Die fährt auch ebenfalls hier lang. Nur. Die fährt. Hier mit runter. Ich weiß. Für einigen könnte das jetzt eine Katastrophe sein. Ihr könntet denken. Was macht der denn da? Es ist das andere Let's Play. Da hin. Ähm. Machen wir hier hin. Machen wir noch da hin. Machen wir noch da hin. Dann fährt er da lang. Äh. Die hätte ich so. Wobei. Die sind ja eigentlich mit angebunden. Ne. Wenn. Haltestell da ist. Die ja hier mit verbunden. Gut. Dann. Neue Linie. Ich hätte jetzt einfach schon mal Bus. Obwohl es noch keine Busse gibt. Bus. Magdeburg. Linie A. Wieso will er immer was mit Pink anfangen? Ich verstehe das Spiel nicht. So. Linie A. Einmal hier. Dann nach da. 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 So. Dann fährst du nach da. Dann nach da. Und dann bist du wieder Magdeburg am Hauptbahnhof. Das ist schon mal die Linie A. So. Perfekt. Ich denke mal, es sollte reichen. Große Reichenstraße. Ja. Gut. Die könnten wir ja schon mal umbenennen in Magdeburg. ZOB. Obwohl es noch keinen richtigen ZOB gibt. Aber das wird später alles geben. Das ist alles noch Anfangszeit. Natürlich könnte ich jetzt schon mal anfangen, ja, einen riesen Stellplatz zu bauen und alles. Aber ich muss auch auf die Kohle achten. Und wir haben gerade schon zu viel Kohle ausgegeben. Ähm. Ich möchte nicht das Geld zu sehr auf den Kopf hauen. So. So. Linie B startet ihr ebenfalls hier. Ähm. Dann fährt die. Bin ich denn jetzt hier lang gefahren? Dann fährt die. Genau. Da lang. Also hier treffen sie sich noch beide. Die fährt allerdings dann hier weiter runter. Dann fährt die da lang. Da lang. Äh. Da lang. Da lang. Hier lang. Ähm. Ich will keine Haltestelle übersehen. Hier lang. Und dann wieder zu Magdebocker ZOB. Gut. Linie A und Linie B. Ne. Weil Ringlinie ist doof. Ringlinie ist doof. Und. Also ich find's doof. Ja. Vielleicht find's die ein oder andere nicht doof. Aber ich mag das nicht. Gut. Dann brauchen wir erstmal für Passagier Fahrzeuge. Und es gibt doch schon Busse. Der C40 kam als einer der ersten Stadtbusse im russischen Kaiserreich zum Einsatz. Gefertigt wurde er in Deutschland. Oh. Deutsche Qualität. Ich würd den sogar nutzen. Ich würd den sogar nutzen. Und würd den gerne nehmen. Ähm. Erstmal drei. Nimm mal sechs Stück. Die ersten drei gehen auf die Linie A. Und die anderen drei auf Linie B. So. Jetzt haben wir noch 1,9 Millionen. Jetzt brauchen wir ordentlich gewinnen. Sonst haben wir einen Riesenfehler gemacht. Aber sie sehen schön aus. Ne. Schöne. Schöne Busse. Schade, dass du es heutzutage nicht mal so großartig sehen kannst. Aber schön. So. Der Personenverkehr läuft. Das ist schon mal gut. So. Aber. Naumburg. Bekommt jetzt ebenfalls ein ÖPNV. Ähm. Damit. Das Ganze hier auch klappt. Damit die Leute abgeholt werden. Ähm. Hier würde ich das Ganze. Ja. Das ist ja dann doch eher wie so eine. Aber keine ganze Ringlinie. Hier würde sich nur Linie A lohnen. Ich mache einfach erst mal hier eine Linie nur. Und gut ist. So. Erst mal hier. Und ja. Ich mache mit Wartehäuschen. Weil. Irgendwann kommt die Zeit. Da stehen viel zu viele Fahrgäste. Und dann hauen sie sowieso ab. Ja. Dann mache ich lieber gleich mit Wartehäuschen. Haben sie gleich Luxus am Anfang. Ich habe sowieso das Gefühl. Die werden mir die Hütte einrennen. Und. Das möchte ich nicht. Äh. Doch schon. Aber. Ja. Ne. Ist halt ein bisschen schwierig. Gut. Dann. Möchte ich gerne. Da muss ich selber Strickstraße legen. Sehe ich gerade. Äh. Dass es hier noch eine Straßenunbindung gibt. Ja. Dann geht das kleine Stück halt weg. Das ist jetzt auch nicht so tragisch. Wird halt ein neues gebaut. So. Hier beginnen wir. Dann kommt erstmal hier die erste Haltestelle hin. Hier. Kommt die zweite Haltestelle hin. Dann kommt da. Eine weitere Haltestelle hin. Wo noch gar keiner ist. Aber das wird noch eh. Bewohnt. Irgendwann kommen sie und. Ziehen dort ein. So. Dann kommt hier eine Haltestelle hin. Dann kommt hier eine Haltestelle hin. Dann kommt hier eine Haltestelle hin. Ist ja da drüben mit markiert. Ist das auch praktisch. So. Dann geht es einmal hier lang. Ähm. Machen wir hier den Bereich. Dann nehmen wir hier lang. Und einmal da lang. Ich weiß. So weiß ich ganz genau. Ich brauche gar nicht so viele Haltestellen platzieren. Weil das markierte Bereich ist sowieso der Bereich. Wo das Ganze abdeckt. Ja. Aber ich möchte ja nicht. Ne. Das mache ich ja irgendwie immer schon so. So. Neue Linie. Bus. Naumburg. Linie. Linie. Ja. Ich mache da mal Linie eins hin. So. Erstmal hier. Dings. So. Von hier. Das will ich aber noch umbenennen. Moment. Am Bahnhof. Am Bahnhof. Am Bahnhof. Na. Am Bahnhof. So. Am Bahnhof. Was hat denn der jetzt für Probleme? Der zu. So. Dann einmal da hin. Dann einmal da hin. So. Dann fahren wir einmal da lang. Einmal da lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Da lang. Und wieder am Bahnhof. Nein. Ich mache keine Ringlinie. Nein. Bloß nicht. Gottes Willen. So haben wir hier einen Fuhrpark eigentlich gehabt. Ich glaube nicht. Das war ja hier nicht. Das war ja eher da. Aber. Wir machen das. Wir übernehmen das von hier an. Trotzdem einfach. Ähm. Machen wir vier oder drei erstmal. Da sind einige alte Stellen. Haben wir erstmal drei. Und dann gucken wir mal. Wie so in Nomenburg läuft. So. Okay. Jetzt haben wir nur noch ein Sechs. Jetzt. Jetzt. Jetzt liegt es nur noch. In der Hand der Bevölkerung. Ob sie. In der Lage sind. Bereit sind. Mit dem Bus zu fahren. Und mit dem Zug. Ich weiß. Für die ist es neu. Aber. Sind die dafür in der Lage. Ich meine. Autos fahren ja auch schon rum. Und wir können auch langsam mal die Pferdekutsche austauschen. Äh. Ja. Das ist. Ähm. Das freut mich. Ich habe. Nur den Eindruck. Wir haben einfach viel zu viele Wagen gekauft. Wir haben einfach übertrieben. Ne. Habe ich so den Eindruck. Nur so einen leichten Eindruck. Denn die Stadt ist irgendwie noch am Schlafen. Denke ich mal. Dass sie noch am Schlafen ist. Die denkt sich auch so. Was ist das? Das möchte ich nicht. Wo fährt denn die Person hin? Moment. Eigentlich viel zu modern. Ich weiß. Die Zeit kommt. Die will nach Naumburg. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Okay. Also hier haben wir schon mal eine. Die mit dem Zug fahren wird. Das ist schon mal gut. Ja. Ich denke wir werden jetzt erstmal ordentlich Minus machen. In der Kasse. Ähm. Was sagen wir denn von Takt? Personenzug alle drei Minuten. Macht eine Million Minus. Oh. Vielleicht sollten wir doch. Vielleicht sollten wir doch noch den. Zug hier. nochmal verkaufen und wegstellen. Das macht jetzt glaube ich gar keinen Sinn oder? Da habe ich jetzt selber richtig reingeschissen. Das kommt davon wenn man nicht. Wenn man. Komm. War was? Ja. Ein Fehler habe ich gemacht. Ja. Ich war zu voreilig. Wir lassen es erstmal laufen. Und dann gucken wir mal. Okay. Weil das ist mir doch ein bisschen riskant. Wie gesagt. Ich habe sonst nie auf das Geld geachtet. Ich habe einfach gebaut. Und die Fahrgäste kamen einfach. Aber wenn ich hier auf Geld achten muss. Und du siehst. Der Zug macht keinen Plus. weil es noch keine großartigen Fahrgäste gibt. Ja. Und da ist ein Lok. Und ein Zug unterwegs. Der fährt hin und her. Ohne Passagiere. Das sind ja Betriebskosten. Die flöten gehen. Allgemein die ganzen Kosten. Die Infrastrukturkosten. Ach. Hast du nicht gesehen. Äh. Da scheißen wir noch drauf. Da investiere ich jetzt lieber schon mal in LKW. Es wird was. Okay. Es wird was. So. Ähm. Fahrzeuge. Fahrzeugstatistik. Ne. Linie. Güterzug. Wir wollen Güterzug. Alle Güterzüge. Ähm. Güterzug. Der Dampf. Ne. LKW. Wollen wir. LKW. Straßenfahrzeuge. LKW. Baumaterial. Borne haben wir. Dann haben wir LKW. Getreide. Hier. Getreide. Fahrzeuge verwalten. So. Jetzt ist das Ding. Ich glaube wir brauchen nicht alle ersetzen. Ähm. Weil. Kapazität. Was ist denn die Kapazität? Wie sieht's. Äh. Wie sieht's mit der Kapazität aus? Für Getreide. Müssen wir mal gucken hier. Ich muss nichts falsches nehmen. Wie man aktuell solche Pferde unterwegs. Kapazität. Vier. Ja gut. Fünfe. Aber die fahren schneller. Das sind auch nur paar kmh. Na gut. Ich sag mal so 18 kmh. 20 kmh. Ähm. Ich glaube da lassen wir noch die Pferde. Nicht das nächstes Jahr dann jetzt bald neue LKW kommen. Ein richtiger LKW mit sage und schreibe 40 kmh. Und dann haben wir jetzt die umsonst gemacht. Und genau das meine ich. Dass ich schon mal größere Haltestellen hin machen wollte. Ähm. Auch wenn das wahrscheinlich null passt. Aber die hauen nicht ab. Ja. Also ich hoffe ihr. Es ist okay für euch. Dass ich solche Haltestellen. Teile nutze. Machen wir aber in einer anderen Stadt mal anders. Mit kleineren. Einfach Haltestellen Schilder. Damit es ein bisschen besser ist. So. Okay. Das Gute ist. Wir haben einen. Busverkehr erschaffen. Wo die Fahrgäste auch mitfahren wollen. Und das andere Gute ist. Sie wollen Glaube. Nach Naumburg. Und nutzen auch den öffentlichen. Personenverkehr. Ne. Nach Naumburg. Das ist schon mal gut. Dass die dann alle. Richtung Bahnhof wollen. Das ist dann für den Zug gut. Ne. Dann kommt wenigstens. Ab ich die Cash in die Tash. Ne. So. Gut. Jetzt haben wir uns die ganze Folge hier damit beschäftigt. Das kannst du keinem erzählen. Aber gut. Dass es hier so extrem wird. Mit den. Bushaltestellen und den Fahrgästen. Das ist klar. Weil. Würde ich auch machen. Ne. Wenn ich in einer riesen Stadt leben würde. Wo vorher noch keinem Bus gefahren ist. Und ich müsste gefühlt eine halbe Stunde laufen. Und da wird jetzt ein Bus angeboten. Wo ich in mein Ziel. deutlich unterhalb von 5 Minuten schon ankomme. Von mir aus. Oder unter 20 Minuten. Da würde ich lieber den Bus bevorzugen. Als zu Fuß hinzulaufen. Weil ist halt die schnellste Methode. So. Okay. Ich hoffe ich habe nicht allzu viel Dünnschiss geredet. So. Die Straße wollte ich auch nochmal verbinden. Da bin ich ehrlich gesagt noch nicht zugekommen. Ähm. Ich würde gerne aber. Einen Bahnübergang vermeiden. Und. Ich weiß nicht ob mir das gelingt. Aber ich hoffe es einfach. Dass ich einfach hier so eine. So eine Verbindung kriegen könnte. Einfach mal hier. Hier hin. Dann so eine Kurve hier. Durch. So. Borne benötigt jetzt auch noch Lebensmittel. Und Treibstoff. Also ich will nichts sagen. Aber das spießt mir wirklich sehr sympathisch. Ja. Keine Sorge ich cheate nicht. Aber. Es ist einfach zu voll. Also sorry. Das heißt wir können. Den Treibstoff. Den wir ja bereits schon produzieren. Gleich nach Borne weiterschicken. Weil das Schienennetz da vorhanden ist. Okay. Das ist mir sehr sympathisch. Ne. Das ist mir sehr sympathisch. Und wenn Borne das verlangt. Dann sollen sie es auch kriegen. Ähm. Ähm. Auch wenn wir gefühlt tausend Folgen brauchen. Bis wir alles verbunden haben. So. Jetzt machen wir mal schönbau. Äh. Schönbau in. Ja. Andere Art und Weise. Ich platziere einfach noch ein paar Bäume hin. Ähm. Dann machen wir hier noch ein paar Bäumchen hin. So. Boah. Sieht's ein bisschen schön aus. Ja. Nur grob. Ich weiß. So. Dann. wird die Straße. Äh. Zu einer Kurvenstraße. Ah. Ich mach erstmal. Ich mach einmal so. Wobei es eigentlich sinnlos ist. Diese Straße zu bauen. Ich weiß. Weil. Hier fährt ja eh nix mehr. Ähm. Lkw. Oder sonst. lustig ist. Aber es ist doch mal schön. Durch. Wings mal verbunden ist. Dann sieht's nicht doof aus. Ne. Dann machen wir hier noch ein paar Bäumchen hin. Und fährt ja unter die Brücke. So. Nicht zu nah an den Bahnanlagen. Das ist auch ganz wichtig. So. Dann haben wir. So einen kleinen Schleichweg. Wo wir unter die Brücke fahren. Haben einen Bahnübergang gespart. und haben die Straße errichtet. Und haben die Straße errichtet. Ja. Wobei die auch ehrlich gesagt auch gar nicht genutzt wird. Ich weiß. Aber es sieht doof aus. Aber es sieht doof aus. Wenn die Straße einfach mal zu Ende ist. Und das ist nicht toll. So. Schaffst du das? 44. Ja das schaffst du. Ja das schaffst du. Hat doch nix beladen. Wie sieht's denn eigentlich da hinten in Borne aus? Müssen wir auch mal gucken. 47 Baumaterialien. Okay. Steinzug müsste auch gut laufen. 53. Hat aber nicht voll beladen. Gut da ist die Produktion noch ein bisschen lahmarschig. Aber steigert sich ja. Wie ist denn eigentlich die Rate? Die Rate liegt bei 50 für Baumaterial. Ist jetzt nicht so hoch. Steinzug hat 372. Das ist sehr hoch. Aber macht Minus gerade. Und Borne hat 65 als Rate. Okay. Aber die werden ja. Ja das läuft. Die haben ja keinen großen Weg. Supermaterial. 49. Ja. Ich denke mal später wird. Also vielleicht sollte ich mal. Also ich hatte ja sowieso vor gehabt. Den zweiten Güterzug hier einzusetzen. Weil das ist ja schon eine lange Linie. Damit wir wenigstens. Denkt mir immer so einen richtigen Takt haben. Weil. Die Güterzug alle 30 Minuten. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht was überhaupt der perfekte Takt im Transportfever ist. Damit auch alles gut läuft. Aber es ist ja auch nicht überfüllt. Ja gut. Weil die Steine nicht so schnell sind. Läuft halt auch nicht so ganz schnell. Kann man die eigentlich ausbauen? Lässt sie sich ausbauen? Ne. Stimmt so was lässt sich gar nicht ausbauen. Naja. Es läuft halt. Gut. Ja. So das war es eigentlich für heute schon oder? Nein wirklich. Das war es schon für heute. Die Zeit ist schon leider wieder rum. Ich musste heute auch mal selber wieder reinkommen. Wir haben auch einiges geschafft. Wir haben ein ÖPNV-Netz erschaffen. In Naumburg und Magdeburg. Bus und Zugverkehr. Die Leute können endlich mit Zug und Bus fahren. Wie sieht es denn aus? Wie viele Fahrgäste hast du? Neun. Ja. Es wird langsam. Busverkehrmäßig sieht es auch gut aus. Ich meine die meisten wollen ja eh sogar nach Magdeburg. Ja. Und die nutzen auch schon mit dem öffentlichen Verkehr. Das ist gut. Und ähm. Ja hier sind 17. Es war einfach nur dumm von mir. Eine zweite Güterzug. Äh Quatsch. Eine zweite Zuglinie. Ähm. Einen zweiten Zug einzusetzen. Weil. Fahrgastaufkommen ist halt noch viel zu wenig. Ähm. Das war echt dumm von mir. Ähm. Sowas mach ich nicht nochmal. So. Und wir werden natürlich auch irgendwann mal hier. Unseren Güterzug. Äh. Wenn möglich. Die ganzen. Äh. Wagen austauschen. Gegen neuere Wagen. Sowie auch. Den Güterzug. Also die Lok. Die Dampflok. Man sieht sie hat zu tuckeln. Also sie puckelt sich was vor. Also. Was die für eine Leistung hat hier. Wahnsinn. Gut. Ja. Das soll es auch für heute gewesen sein. Sorry. Das mal mein Handy gerade im Hintergrund hört. Das sollte nicht so sein. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Sowohl auch über Kommentare. Äh. Ähm. Reagiere ich am besten in Zukunft nur per Kommentarbereich. Aber ich bedanke mich ganz herzlich. Dass das Video. Also das. Das Let's Play Format gut ankommt. Und hab mich auch sehr gefreut über eure Kommentare. Und auch über die Tipps und Hilfe. Wegen den. Ähm. Wegen dem Loktausch. Äh. Also dass die Lok quasi im Fahrzeugdepot ganz vorne ist. Mit der Shift-Taste. Da auch nochmal ein großes Dank. Und auch danke nochmal an Lucy für den krassen Support. Und. Ähm. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wünsche euch allen einen schönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hier bei einer neuen Folge von Let's Play Transport Fever 2. Und ich würde sagen. Wir machen kurz eine Mitfahrt. Auf der neuen Personenstrecke. Von Magdeburg nach Naumburg. Und dann würde ich sagen. Beenden wir auch das Video. Die Zückeln, die macht schon eine Million Minus. Das ist richtig toll. Aber es wird langsam. Und. Ich empfehle Kotztüten mitzunehmen. Es wird sehr hügelig. Es tut mir leid. Also macht's gut. Euer Twenom City. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020